Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK Otherworld. Ja, wieder mit den allen üblichen Verdächtigen. Sind gerade zwei Wellen in der Arena. Würde ich sagen, bekämpfen wir jetzt, oder? Das geht doch voll easy. Wir hatten gerade Pinkelpause hier. Schon wieder ein Level machen hier. Ich hab jetzt 300 Schuss. Da kommt ein Affe raus. Was ein Affe? Die haben sich, glaube ich, alle gegenseitig besiegt. War was? War was? War was? Ach, locker. Ist ja lächerlich. Ist ja leichter als die Alpha Raptor. Hier ist Sturm, ey. Da kommt ein Affe, da kommt ein Affe, da kommt ein Affe an die Rand. Ja, ich seh ihn auch, aber der ist vor mir. Ähm. Ja, ja, du guckst. Warst du das schon? Ja, das war's schon. Oh, da waren zwei Wellen. Alter, meine 300 Schuss wiegen so viel, dass ich mich kaum bewegen kann. Dann ab zu den Alpha Raptor leveln, würde ich sagen. Yes enam why. Dankeschön. Vöhrhalter Hörendern. Martse grandmotheredt voll an mir vorbei. Ich komm gar nicht hinterher. Hey, muss dir hier immer German angucken, da geht aber auch übelsatt. Ich bin toll überladen. Nö, nö. Ich hab die auf-gewicht ges investigating. Ich bin überladen. Es kann sogar matt sein. Hast du auch 300 Schuss dabei, oder...? Ich habe 400 dabei. Doch, ich rinder eighty, ey. Ich hab auch manchen Sachen rausgeworfen. Ja, was denn 400? Ah nee, das ist Chris. 이건, echt? So viel kannst du tragen Eine Minute haben wir Zeit Ja ich hab aber auch Schild und Pike und alles weggeworfen Achso Geh rein da Ihr mit euren scheiß Fernkampfwaffen, Nahkampf ist viel cooler Rein da jetzt Keine Eier Reinspringen Los 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 Amaro lass mich da durch Lass mir auch ein, lass mir auch ein Der spielt Basketball mit dir Das meinte ich ja grad eben Was ist er denn jetzt? Einfach in die Masse reinschießen Ja, sehr gut Das hatten wir so in Arc glaube ich noch nie, ne? Jetzt stell dir mal vor, wenn hier Friendly Fire ist So ne Ballerei hatten wir echt noch nie Krasse Scheiße, erstmal ordentlich Level Bisschen auf Gewicht hier Wir sollten rausgehen, die nächste Welle kommt Bevor die Alpha Raptorn kommt Wo wie der nächste? Okay Ja, 10 Sekunden haben wir noch Zeit Neeee Los 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 Ihr verstopft Ich kann grad nicht springen Ich baut die Leiche ab und schnell raus Los Was ist euer schein Arm? Das ist euer schein Arm Nein, die nächste Welle kommt Was habt ihr denn auf einmal so viel Stress mit der nächsten Welle? Wir meinten die Welle der Alpha Raptor Achso, also stellt euch mal nichts an Nein Ich hör so ne Klimper, ey Bitte, bitte, bitte Ey, auf nachzuladen und töten in den Albenraum Ja, was denn jetzt? Wo geht's aber? Welle! Jetzt geht auf Tod, ey Gib mal keine Welle Rauch, raus jetzt Braucht ihr mir aber noch ein bisschen Alter, ich hab gerade über 200 Schuss verbraucht Ja Welch Savi Lass mich da raus Kommt ihr dann mal langsam? Ja Lass mich da raus So, das haben wir aufgefüllt Dann trinken wir noch einen Schluck Lende dich immer wieder aus hier Das ist der Affe Hey Bro Boah Mist, bin grad so langsam Hey Bro Aua Ciao Bro Alter geht der schnell down Sabert Hoof Sabert Hoof Pff Nein Alter Alter Was, wie bist du denn gestorben? Ja durch ein Alpha ganz alleine Nee, ich muss Ich bin aus dem TS rausgefallen Alter, wie die einfach nur umfallen Ja Brauchst gar nichts machen hier So Leute, wartet doch mal Das ist ja hier Zu spät, schon alle tot Zu spät War's nicht, ich bin sicher Da lebt noch irgendwas Lass mich da mal reinfeuern Genau Chris lebt noch Kann mal einer die Raptoren killen? Nein Wir könnten theoretisch Praktisch Wenn wir wollten Sonst können wir an das Zeug nicht mehr ran Ja das ist äh Traurig Ja das Eine Sache Wie immer Voll Uns ist wohl entgangen, dass es unser Problem ist Genau Die Rüstung kann man aber nicht noch weiter updaten oder? Nein Doch die kannst du ausziehen und wegschmeißen Ja Das machen wir dann beim letzten Beim allerletzten Genau Komplett nackig Sperr und nackig Aber Holzsperr Lupus, dein scheiß Ernst? Was ist denn? Ich wollte das Ding mal ausprobieren Was? Paketenwerfer auf Alpha oder was? Ja klar man Wie viel Schaden macht denn das so ein Ding? Das seh ich jetzt erst, wir haben hier zwei Sonnen ne? Ja okay das Ding ist äh ganz gut Was zwei Sonnen? Wow ich guck nach oben und auf einmal schreit das Alpha vor mir Na der Gavax das ist ein Penner weißt du ey Guck mal da oben Chris Ja 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 Ich bin für die Alphas Alter lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier Halt jemand ungekropptes Essen? Halt jemand ungekropptes Essen? Alter was man hier an Muni verballern kann ey Was? Wie schnell war's denn? What? Der nächste ist dort Ich will euch nur Scheiße Aber wie schnell das ging Oh fuck Raketenwerfer auf kurze Distanz Ich wollte nur sagen Du wahrscheinlich nur kurz Eine Minute und 30 Sekunden ist die nächste Wave Da warst du schon mal eine Sache Wie schnell einfach rennt Ohne was ein Neues da Oh ja stimmt Gibt's hier ein Max Level? Gibt's die Dilos raus? Wer hat denn schlauerweise die Dilos raus gelassen? Ja dann war's War ja klar Nein Ich war da nicht drin Alter Wie sind denn die Raptoren hier durchgekommen die Alphas? Keine Raut springen Okay Toll ich muss ich erstmal meine Sachen reparieren Alles am Arsch ey Bei mir auch Ich wünsch euch viel Spaß Das kriegen wir ja Ich bin schon die ganze Zeit Ich stehe in der Rinderung Verhaftung Und krieg die ganze DMD ab Also ich stell die Tür auf Mach mir die Raptoren voll Die Eifer Ey nicht mehr Was ist das hier los? Nächste Wave um 40 Sekunden Jetzt sitze für immer frei ey Flieg junger Vogel Flieg Jetzt ist mir die Rüstung über die Rieche Seine Chance nutzen Flieg Das ist ja noch ganz Also merke Raketenwerfer kurze Distanz schlecht Du würdest auch sagen dass du mich erschossen hast Ne das hab ich nicht Das geht ja nicht In 15 Sekunden Nächste Wave Nun stress mal hier ne Ne wieso wie kann ich die reparieren dann? In der Smithy Oh Leute Da fängt das schon in der Bief an Ne Oh scheiße Wo ist es denn? So was mit der Wave? Lol hier ist ein Dilo draußen Wave ist da Ich seh es aber noch nicht was es ist Ich muss mir jetzt mal neue Muni kwarfen ey Hmm Sind Krokodile Nicht nur du Was kriegen Krokis Krokis Krokofanten Krokofanten Ach wie süß So Also gegen Eifers Verbraucht echt viel Muni Ja Hallo Na hallo Hallo Hi Na Wie gehts? Alles fit? Ist aber auch hässlich die Viecher Oh Leute Warte doch mal Was? Find ich nicht gut wie du über deine Treffen Mach der da schon wieder alles platt oder was? Ey Dachte wir warten noch Schmeißt du mit Granaten oder was? Das war es schon Wie viele waren das? Drei? Drei Krokos Wie war das noch mit warten? Matze sehe ich das richtig, dass du da gerade eine Gatling aufgestellt hast? Ist klar Die ist nur für die Boss Okay Dann müssten wir eigentlich auf jeden Turm so eine drauf stellen Und dann gib ihm Das hat Munition, deswegen stehe ich ja auch hier in Dortmund 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 So So viel XP hab ich noch gar nicht Ich kann das gar nicht lernen Wie war das? Level 70 Ernsthaft 65 Bin ich noch nicht Ja Talle ich hab schon gesehen, dass du mir die Projektile rausgenommen hast Also Was soll ich niemals machen? Nein Nein Alle doch nicht Weil die brauchen wir für die Bosskämpfe Ich will ja auch nur Level Up haben, dass man die X-Seeds hinsteigen kann Dass der Dass die Bosse dann gesloat werden Könnte ich machen Kann ich machen Ey Wir sollten auch mal hier aufstellen, dass die Bosse gesloat werden Dass wir dann mit Minigun und Rocketture draufschieben Früher war ich ein Abenteurer Aber dann bekam ich ein Speer ins Knie Kann man so stehen lassen Was mach ich mehr denn für ne Waffe? Ich find die alle kacke Alter das ist schwer Ja Bin der einzig wahre Krieger und Kräger Ja Bin der einzig wahre Krieger The Last Samurai Ihr seid alle so Neuzeit Pussis Und vorne, da wo wir die Sarkos gekillt habt Da müssen wir auch noch ein, zwei hinstellen Und auf dem Weg zu der Turrent hier Ja, der hat viel zu viel Langeweile Assault Rifle Was brauch ich da für Muni? Advanced Rifle Bullet Ja Ja Da hab ich die Kraft voll langsam Denkst du warum ich hier schon seit 5 Minuten stehe Für irgendwas mit 600 Schuss? Kannst du ja auf Kannst du jetzt nicht Hab ich auch schon überlegt Aber dann brauchst du einen Den du dafür abstempelst Oh, hier hat auch schon jemand Planex Sprass Ganz ausgestellt Da brauchen wir nur noch Munition dafür Was, da brauchen wir Munition? Ja Ja, da musst du extra Samen reinschmeißen Mach ich gerade Dann guck ich mach erst Dann mach ich Wir wissen auch noch dort wo ihr Da vorne ist die Turrent gar nicht schlecht aufgebaut Dalley Ja Weil da kommt der Boss als allererstes hin Und tut sie 1 Hit zerstören Da sind ganz vorne die X-Heads hin Dass er gesloten wird Und dann von der Range drauf schießen Lass ihn warten, ist halt Dalley Was kommt denn jetzt? Was kommt denn diese Wave jetzt eigentlich? Keine Ahnung Ja, hab ich mir kaputt gemacht Ganz Krokodile? Dann müssen wir als nächstes T-Rex kommen, oder nicht? Das gibt doch gar nichts mehr dazwischen Nein Doch, ne, weißt du was kommt? Das danach wird total Also das danach, da werden wir wohl lachen Ja Komm jetzt wieder Dodos, oder? Ne Was ganz gefährlich ist Parallels Jetzt hat sich's gespoilert Na toll, Sabrina Oh, satt Ach man Ach man Wie lange ist da noch hin bis dahin? Ach man Vor allem O Ja Hast du dir mal die Zeit gesehen, Nehmer? Eine Minute Okay Im Tagesesfall kann es sich nur noch um Stunden handeln Was? Das würde ich jetzt so Oh ja Alter Oh, ich brauch neues Fleisch Die Geschütztumme mehren sich So langsam da hinten ist auch einer gespawnt Geh an Geh an Geh an Jetzt müssen wir nur noch X-Seeds verteilen Vor die Eingänge Und die dann anschalten Wenn die ersten Boss-Wave festkommen Also nach Alpha-Rex Na schad, dass man nicht sieht in welcher Wave man ist Also von der Zahl her Ich hab noch zwei X Vorne da wo ihr Krokos getötet habt Dorthin stellen Oh, da war ich nicht Die ersten getrunken und gekackt Ich bin bereit für die Krokos Genau Da liegen auch noch die Leichen von den Krokos Wenn sie jetzt nicht abgebaut werden Also Sabrina Das ist ja eine Ausdrucksweise Nach dem Todorex ist dann Sense, oder? Ja Ja, aber der muss erst mal schaffen Der muss erst mal kommen Die Faule so Na Pune Und das da hinten Und die nächste Wave kommt Ach wie süß Oh Was kommt denn da? Was? Oh, die will ich aus der Nähe sehen Lass sie raus, lass sie raus Die leben extrem lange Aber die würde ich gerne erst mal aus der Nähe sehen Zombie-Dodos hab ich noch nie gesehen Da schießt die Pflanze schon Ah, die Pflanze macht's Das ist doch unnötige Muni Die sind ja geil Hey, wer schießt denn da? Schießt der jetzt schon? Oh, die halten aber echt was aus Für so'n Dodo? Ganz schon frech für so'n Dodo Auch'n Dodo Go Zabi, go Voll'n Sandwich Voll'n Sandwich Hab ich viel Im Sandwich zwischen den beiden Mädels Bye bye War'n glücklicher Dodo Glücklich gestorben Die Wave war ja ein bisschen lame, wa? Ja Obwohl die halten eigentlich viel aus Aber wenn da alle mit ner Schrot drauf hauen Die machen auch gut Damage Am Spino machen die glaube ich pro Hit 100 Damage Sechs Minuten bis zur nächsten Welle Als Boss Wave war Machen wir denn jetzt so lange? Jetzt geht das immer höher Was, das war ne Boss Wave? Jep, das war die erste Boss Wave Okay War aber ein bisschen lusch, ey Gerade, dass dir nicht geht der Kopf Wenn sie zu stark sind, bist du zu schwach Also Dinos ohne Sattel machen die gut Damage Da musst du mit dem Spino aufpassen Die unter dir sind, dann bist du schnell tot Dann können wir jetzt noch ein paar Alphas töten, wa? Machen Naja, 5 Minuten lang Ich mein, als ob wir jetzt hier rumstehen Wir haben auch noch hier Wir können auch wieder vorne anfangen Bei Dodos Äh, bei Dinos Ey, ich hab gleich 1050 Schuss schon gecraftet Bald fertig Achso, das erklärt auch oben Die ganze Schwertex... Ja Bald fertig Was fressen die denn hier? Alter, haben die Kannibalismus getätigt? Was denn? Die haben an dem Dilo, der hier lag rumgefressen Okay Wenn's ihnen schmeckt Wenn die sonst keiner füttert, ich mein Oh, kann ich nicht verstehen Irgendwas müssen sie ja fressen So, erstmal Wölfe töten Das ist schon ein Fies Wölfe, hallo Ach, keine Raptoren erstmal, oder? Ja, erstmal Raptoren Das geht wahrscheinlich genauso schnell One-Shot wahrscheinlich Ach, ihr mit euren scheiß Waffen Nahkampf Kaik Weißt du? Wirst gleich kommen beim Alpharaptor Alle mit dabei kommen You-Trap-Member-Warskill bei Alpharaptor Ja, aber ich will doch keine Kratzer an die Rüstung kriegen Wow Und Blut, das weißt du schon immer so schnell raus Ja, eben So schnell Man muss das immer in die Reinigung und so Nee, komm, lass mal Man steht echt an, dauert Wrave incoming Nein Oh, Wölfe sind schon alle tot Ich brauche Hilfe bei den Alpharaptoren hier Alter, wer hat denn hier die Wölfe ausgerottet, ey? Ich gerade Mit, äh, German zusammen Oh, oh Oh, bin ich hier alleine? Ja, komm German, bewegt dich mal Wie viele Waves haben wir denn zurück? Noch ein paar Äh, ja Ich bin jetzt gestorben, weil meine Rüstung gerade kaputt gegangen ist Ist das von ihm geschossen? Ich sagte es ja Ja, die kommen jetzt langsam nach die Kühlmeldungen Ja, sobald die Rüstung kaputt ist, ist, äh, ist man ganz schnell tot Dafür hast du doch Medical Brew Ja, hat nichts gebracht, hab ich schon benutzt Klipp, das gehört euch eigentlich auch Ah, das blöd ist, ich sehe meine AP nicht mehr, ey Ins Gesicht Weißt du, wie lange das Schild noch hält? Boah Alter, die halten echt gut was aus, ey, die halt was Breschi, du stehst da leicht im Weg Ich müsste mal an meine Rüstung irgendwie kommen Ja, komm doch rein, hol sie dir Tja, wunderbar Wenn ich jetzt nicht angegriffen werde Also neben, raus, würde ich sagen, ne? Ja Tschüss Über 1000 Da Dann das spawne ich wieder 3 Ja, grüß Gib ihm Ah, über 1000 Schuss Wenn passt Raus da, Alter, wer steht da im Weg? Alter, was macht ihr denn? Ich seh nix mehr Ich bin reingefallen Oh oh Ähm, ja, ich häng ja irgendwie fest, geil Ja, das ist jedes Mal Äh, könnt ihr doch mal bitte einen einen Schritt zurückgehen? Danke Boah, Leute Ich häng ja selber Oh shit Sind alle tot, ne? Ich schliebe Raus, raus, raus Ich hab viel zu viele Seelen, ich weiß gar nicht, wohin damit Wenn ich das nächste Mal draufgehe, dann zieh ich den Raketenmerfer eigentlich Ja, genau Die letzte verzweifelte Tat Scheiß drauf, wenn ich draufgehe Sterben muss ich sowieso, schneller geht's mit Äh Alter, wer hat dann seine ganzen Müllrüstungen hier reingeschmissen Weil hier musst du erstmal wieder alles abbauen, bis hier was neues kommt, oder? Oh ja, ich muss auch erstmal meine Sachen reparieren Ja, da hat irgendjemand seine ganzen Rüstungen drin Liegen In der rechten Schmeiß einfach raus Komm, wir flüssig, wir tapizieren hier, wir schmeißen hier einen Wolfsteppich aus Äh, Sabrina, die musst du in der Smithy reparieren Ja Komm, Tram, geh halt rein Ich bin am Craften Ich verstehe das Problem nicht Haben wir keine Wölfe? Ja, die sind Alpha-Raptoren, die sind auch tot Es gibt auch ein Rocket Turret Okay Ja, dann erzähl mal was von eurem Leben Wir haben ja noch ein bisschen Zeit Oh, da sind Wölfe Ja, Mann, die Boah, aber Alter, ich hab gerade bei den Alphas irgendwas mit 500 Schuss verballert Ja Läuft Dann kommst du rein Oh, meine Lebensanzeige ist schon wieder verpackt Warte mal, mach mach rein, meine Rüstung 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 Nö Oh, die Rüstung ist fast im Arsch Äh, ja, da wollte ich gerade auch dran, Lupus Hedge, war schneller Hedge, ja Wie der Typ jetzt rattert, ey Ja, nächste Wave So, das reicht mir Alle, wuh, wuh, wuh jetzt rein, Alter Wie schnell man einfach rennt Da noch so wackelt Marathonläufer hier Nach muss ich mir mal wieder Fleisch machen Habt kein Fleisch mehr Ach, Mann Wenn der schneller Muni kraften könnte, wäre das echt geil Oh, ja Was kommt denn? Weiß jemand, was kommt? Was? Ab Thorn töten Ja Oder leben lassen Boah Leute, ihr habt sich eilig Lalalalalalala Alalala Finschwert Hatte ein bisschen was von Jurassic Park Nur ein bisschen Boah, immer wenn man in die Hand kommt, ist schon alles tot So, jetzt haben wir genügend Zeitagonis Waffen reparieren, Waffen reparieren, Munition herzlichen. Wie lange haben wir denn Zeit? Über die drei, vier Minuten. Ja, ich würde sagen, da können wir auch die Folge benden, ne? Ja. Oh, oh ja. Ja, wir warten. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge jetzt. Ciao. Yo. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.